Hallo, willkommen zum ersten Abonnenten-Special. Und zwar habe ich jetzt gestern meinen zwanzigsten Abonnenten gekriegt. Ähm, ja, ihr habt lange keine Videos von mir gehört. Das liegt darin, dass ich wenig Zeit hatte. Ich auch ein bisschen erkältet war, bin ich immer noch so ein bisschen. Jetzt geht's aber wieder einigermaßen. Also, ja, ich wollte mich einfach bei allen bedanken, die meine Videos schauen und die mich abonniert haben. Ähm, ja, auch für 3.800 Upload-Aufrufe in, ich weiß nicht, zwei Wochen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, auch weiter Videos schauen bitte. Ähm, weiter, äh, ja, Kommentare posten, Nachrichten schreiben bei Fragen. Echt einfach fragen. Oder wenn ihr irgendwas wissen wollt und ihr wisst nicht, wie es geht, könnt ihr das auch einfach fragen. Ähm, ich werde das dann für euch raussuchen oder ich weiß das einfach. Mal sehen. Ähm, dann habe ich auch schon ein paar Fragen zu meinem Kanal-Design gekriegt. Naja, es ist langweilig irgendwie. Ich werde es bald ändern, wenn ich Zeit dafür finde. Ähm, muss mal gucken, wie ich Lust habe. Aber, ja, nochmal, ich zeige hier mal alle Abonnenten. Ähm, das sind sie alle. Auf jeden Fall echt vielen, vielen Dank für euer Abo und für eure Views. Dann bis zu dem nächsten Video, was wieder wahrscheinlich ein Tutorial sein wird. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao.